Das ist ein Drama in zwei Teilen, ja. Der erste Teil ist, Pocher macht eine gute Figur und der zweite Teil ist, Pocher macht alles wieder kaputt. Wir schauen uns den ersten zuerst an. Wenn du, Olli, Witze im Netz machst zu diesem Thema, du bist ja schon jemand, der sich dann auch gerne mal als stolzer Autoliebhaber zeigt. Wir haben schöne Bilder. Das ist nicht meins. Leider alle nicht mein Auto. Aber du hast eine besondere Hingebung. Ich bin schon mal aus dem Auto ein- und ausgestiegen und da gibt es Fotos von. Das ist Autoliebhaber. Das mit besonderer Leidenschaft. Ich finde das geil. Zum einen finde ich es lustig, wie er sich verteidigt. Ja. Zum anderen finde ich es traurig, dass das als Argument benutzt wird. Ja, also. Ja, ja. Wir haben hier Bilder von dir. Da liegst du hier auf der Motorhaube von einem Auto und hier schaust du aus dem Fenster von einem Sportwagen. Du bist ja jetzt wohl ein Autoliebhaber. Nicht mein Auto. Nicht meins. Habe ich nichts mit zu tun? Nicht mein Auto. Meine erste Frage wäre, ja und? Das wäre meine einzige Frage. Was gebe ich das an? Na, das ist halt im Endeffekt so. Stell dir mal vor, du lebst in einem, weiß ich nicht, so einem christlich-totalitären Land. Also so hardcore 15. Jahrhundert christlich. Weißt du? So mit Hexenverbrennung. So diese Richtung. Und dann tauchen da Bilder von dir auf. Wie du, also das wird jetzt im Verhältnis dazu jetzt genauso skandalös, wie wenn da dann Bilder von dir aufgetaucht wären, auch wenn es da noch keine Fotografie gab oder so, wie du irgendwie mit so einem Pentagramm irgendwie so rummachst, so daran leckst. Weißt du, es ist dasselbe wie Oliver Pocher hier, der sich auf die Motorhaube von dem Auto legt. Genauso Skandal ist das heutzutage. Oder zumindest scheint das für die Moderatorin so zu sein. Hören wir weiter. Ist das vielleicht auch gerade so? Autoleidenschaft, das ist, da bin ich ganz weit von weg, keines dieser Autos gehört mir. Stell dir mal vor, ich finde zwei Bilder von dir, wo du eine Spargel im Mund hast, Alter, wo du gerade Spargel isst. Dann sage ich, naja, hier, der Herr Gabber, das ist schon, Sie sind schon Spargelliebhaber, nicht wahr? Sie haben hier zwei Fotos von mir, wie ich Spargel esse. Ja, aber dafür sehr leidenschaftlich, nicht wahr? Das können Sie nicht beweisen. Ich hatte nur einmal Spargel im Mund, das war nicht mein Spargel. Ich hatte ihn im Mund, ich hatte ihn im Mund, aber ich habe nicht geschluckt. Jetzt können wir hier nichts vorwerfen. Alles gut. Und bis wahrscheinlich sind die alle hier schon mal aus dem Auto ausgestiegen. Also ich sehe zum Beispiel... Von mir gibt es kein einziges so ein Foto, das ein bisschen schade ist. Aber es wäre geil, wenn man so aussteigen kann wie Olli Bocher. Es wäre gut, aber selbst da... Aber wie unangenehm denn das auch ist, ne? Das ist immer auch unangenehm, ich verstehe es nicht. Grundzuppelt und so. Also jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man sich dafür rechtfertigen? Es ist halt auch irgendwie erbärmlich, ja. Vor allem spricht er da mit ganz vielen Leuten, die eigene Chauffeure haben, die eigene fette Wagen fahren und so weiter. Ja, ja, klar, glaub mal. Also Frau Bosetti, ich glaube, die fährt nicht mit dem Fahrrad. Ja, und die Moderatorin sicherlich auch nicht. Ganz sicher nicht, Mann. Ganz sicher nicht. Also sehe ich ja auch irgendwie auch im Bundestag oder so. Ich meine, dann sehe ich halt auch irgendwie Annalena Baerbock oder Robert Habeck halt auch aus dem A8 aussteigen oder aus den Limousinen oder sowas halt. Ich kann es persönlich nicht mehr glauben. Ich kann nicht glauben, dass wir in diesen Shows sitzen und 2023... Kennst du die? Nicht die, ja. Die ist auch jedes Mal bei... Wenn Funk da was drüber macht, ist sie jedes Mal dabei. Das ist auch so ein Gesicht von der letzten Generation. Und die ist auch wirklich immer das Gleiche. Die labert einfach immer irgendwelche vorabgeschriebenen Texte runter. Immer der gleiche Scheiß. Immer das Gleiche, was sie redet. Du kannst alle Videos von der gucken und du kannst sie zusammenschneiden, übereinanderlegen. Ist immer das Gleiche. Es sind halt auch irgendwie immer die zwei, also sie und diese Blonde, ja. Das sind halt so diese zwei schönen Gesichter. Das ist ja auch natürlich eine Reproduktion patriarchaler Schönheitsbilder. Irgendwie sind da immer diese hübschen Mädels mit Problempony. Ich weiß nicht warum. Ja, und was du auch echt mal gucken musst, mal die Körpersprache von Pocher und generell auch dieses, also als wenn er gerade auf einer Anklagebank sitzt, ne. Das ist schlimmer als die Angeklagten bei Richter Holt. Das ist krass, wie der sich da, ja, winden muss. Einfach nur, weil er aus dem Auto gestiegen ist. Also wirklich. Also ich meine, das hier ist sein kleiner Moment, sag ich mal. Persönlich nicht mehr glauben. Ich kann nicht glauben, dass wir in diesen Shows sitzen und 2023 diese Debatten führen. Ich kann es nicht mehr aushalten. Dann musst du gehen. Es verzweifelt mich. Nee, 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 ich glaube, das ist ja. Das war sein Moment. Das gebe ich ihm. Ja, dann musst du gehen. Aber, Bruder. Ich weiß gar nicht, was du gerade... Schlechte Antwort. Das Audio ist übrigens bei uns genauso schlecht, ja. Das ist von Twitter. 1082 Leute bei Kik? Junge, Junge. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja, klar, natürlich hat er halt dann auch der letzten Generationsfrau ein Kontra gegeben. Aber das heißt halt auch nicht das beste Argument. Na, das ist halt so ein, dann musst du gehen, wenn du hier nicht mit den Erwachsenen über das Klima diskutieren möchtest. Weil wir wollen hier alle was ändern. Aber dann hätte er das sagen sollen. Dann hätte er das so sagen sollen. Dann musst du gehen. Das ist halt so ein, ja, weiß nicht. Ja, klar, natürlich ist es gut, dass er da Widerspruch gibt. Aber ganz ehrlich, ich kann Pocher... Also, ich muss gestehen, ja. Ich muss jetzt mal ein kleines Geständnis machen. Das ist eh nicht schlimm wie Schlomo's FDP-Geständnis. Ich fand als Kind, Jugendlicher, fand ich Pocher lustig. Muss ich sagen. Ja, ich fand den tatsächlich gut. Aber es ist halt schon sehr lange her, dass ich den gut fande. Ja. Pocher ist halt echt wie so ein... Ja, ich möchte ihn jetzt nicht beleidigen, aber in meinen Augen, ja, meiner Meinung nach, so ein bisschen wirklich Würstchen-mäßig. Ich bin mir unsicher, ob hier sie gehen muss. Ich glaube, ob... Problem Pony übrigens an der Stelle, ja. Ja. Und, äh, Leoparden-Optik-Oberteil, das ist, äh... Sie war auch mal bei Unbubble, glaube ich, und sie hat, glaube ich, eins zu eins das gleiche Oberteil angehabt. Sie hat, glaube ich, nur Leoparden-Oberteile. Ja, sehr gut. Ist das nicht auch schon irgendwie kulturelle Aneignung auf eine gewisse Art? Ich weiß ja nicht. Naja. Dass sie vielleicht sitzen muss. Ich würde viel eher die Frage stellen, warum um alles in der Welt Oliver Pocher in dieser Runde sitzt. Das fragen sich viele bei dir auch. Ich kenne sie noch nicht mal. Nein. Oh! Keine Ahnung, was hat denn Sarah Bosetti zu dem Thema beizutragen? Als von mir zwangsfinanzierte, äh, als Satire tarnende politische Aktivistin. Was hat sie denn da verloren? Ja, wahrscheinlich soll sie dann die... Ich kenne ja die Sendung nicht, ich weiß nicht, was da alles passiert ist, aber die gute Seele dann für ORR darstellen oder was. Also, da nimmst du halt lieber irgendjemanden, die nur andere Leute diffamieren kann und selbst so aussieht, als hätte sie keine Seele, wirklich. Also, wenn du dir in ihre Augen guckst, du siehst da schon die Wüste. Ja, ja. Bei Sarah ist nicht viel Seele. Zumindest spüre ich das nicht. Nein, und das ist völlig irrelevant, weil ich bin ja auch egal. Ja, ich habe eine Meinung. Ich weiß, was du eine Meinung hast. Und weißt du, was du auch hast? Du hast deine berufliche Existenz dazu, in den Medien zu passieren. Egal womit. Äh. Hä? Du auch? Also, vor allem... Reden Sie gerade über sich selber? Also, Pocher bezahle ich nicht. Ich kann mich entscheiden, ob ich mir seine Chance anschaue. Entschuldigung. Ich mag... Also, es ist ein anderes Thema, ob man jetzt Pocher mag oder nicht. Aber Bosetti muss sich bezahlen. Schon lange nicht mehr. Also, ich muss sagen, früher fand ich es tatsächlich ganz witzig, aber seit Jahren kannst du dir den Typen nicht mehr angucken. Ja. Seit Jahren. Das ist vorbei. Pocher-Ära ist schon lange vorbei. Er ist auch selbststaatstreu. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn etwas Negatives über eine, ja, über diese Staatspropaganda, sag ich mal, sagen höre. Dass er mal nicht einer Meinung ist. Er war doch genauso damit bei, dass man sich impfen lassen muss, dass man überall Maske tragen muss und so weiter und so fort. Weißt du noch, als sie den verhaftet haben? Ja, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Oliver Pocher wird von Polizei abgeführt. Äh. Weil ich glaube, der wollte doch dann einmal kurz keine Maske tragen oder sowas. Aber eigentlich war der halt immer genau auf, auf. Er hat auf dem, auf dem Strandkorb-Festival gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen, weil der da irgendwie über so eine Barrikade drüber ist ohne Maske. Und dann hat ihn die Polizei abgeführt, ja. Richtiger Märtyrer für unsere Sache. Ja. Ach, Oli. Hauptsache irgendwie laut. Und das war halt auch nicht irgendwie so ein, ich mach das jetzt, weil scheiß auf die Maßnahmen. Das war ein, ich bin Oliver Pocher, deswegen darf ich das. Ne, deswegen gewinne ich dem jetzt nicht so viel ab, dass er das gemacht hat. Mal womit, Hauptsache irgendwie laut. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist kompletter Spaß. Ich könnte auch Poti-Slam wie du machen und so. Ich mach ja Poti-Slam. Oder hast du mal gemacht? Und mein, mein, das ist doch völlig irrelevant, was ich gemacht habe. Ja, aber deswegen. Das ist doch völlig irrelevant. Aber dann ist es doch irrelevant, was ein Pocher macht. Warum ist es bei ihr irrelevant, aber bei ihm ist es wieder relevant? Sie argumentiert gerade komplett gegen sich selber. Aber das verstehen diese Leute einfach nicht. Jetzt hör doch mal auf. Du kannst doch jetzt nicht Sarah Bosetti Kann ich nicht. Nee, tut mir leid. Irgendwie logischer Kohärenz irgendwie da diesen Aschstab ansetzen. Sie heißt Frau Blinddarm. Sie heißt Frau Blinddarm. Also, ja, es ist also, ja, Frau Bosetti halt, wie sie lebt und lebt, nicht wahr? Was Relevantes macht. Ja. Aber jetzt geht es doch um mich. Ihr beiden, es war nicht um mich. Lass ich es dann mehr heiraten in dieser Sendung. Dazu wird es nicht mehr kommen. Nein, aber wir hatten gerade so eine schöne Debatte. Sie merken, wir werden die beiden nicht mehr zusammenbringen. Wir hatten gerade so eine schöne Debatte, wo wir alle der Dame von der letzten Generation den Aachen und da kam Pocher und hat gesagt, keine Ahnung, was hat der denn eigentlich? Der ist eigentlich auf deren Seite. Der ist eigentlich, also das Krasse ist ja hier eigentlich, also das werdet ihr im zweiten Teil noch merken. Pocher ist ja, also allgemein in dieser wie in allen Runden ist das Thema nicht ob sozioökologische Transformation, sondern nur wie. Und Pocher ist bei dem wie nicht so ganz auf Linie. Und deswegen kriegt er gerade Lack. Das müsst ihr euch vor Augen führen. Der ist nicht irgendwie Contra oder so. Der ist halt quasi nicht radikal und extremistisch genug quasi für diese Leute, die dort sitzen. Ja, auch für die Leute, die auf der Straße sitzen und in Kauf nehmen, dass da einfach mal jemand abnippelt im Stau, im Krankenwagen. Alles gut. Habe ich auch gedacht. Die denken, es ist so eine schöne Debatte und dann kommst du dazwischen. Ja, aber es war so. Nein. Aber ich repräsentiere doch so ein bisschen. Ihr beiden. Ich glaube, wir müssen Werbung. Nein, jetzt kommt. Was kommt jetzt? Es geht gleich um Werbung, aber vorher. Hoffentlich. Wehe, da ist eine Autowerbung drin, dann schalte ich ab. Also, unkommentiert fahre ich fort. Und dafür erwarten wir, dass er einen Gesellschaftsrat einberuft, damit dieser entscheiden kann, wie wir es sind. Ist das dein Fort? Bitte? Ist das dein Fort oder distanzierst du dich? War ein doofer Witz machen, Woller. Ach so. Ich mache mal hier ein bisschen lauter für euch. Also, das ist ja auch das Ziel unter anderem. Die wollen ja, dass ein Gemeinschaftsrat ins Leben gerufen wird, wo die Bürger dann entscheiden, wie wir mit der Krise umgehen. Durch ihre Proteste. Also, sagen die. Also, was jetzt Stuart Batson sagt, der Gründer von Extinction Rebellion, aus denen ja wiederum die letzte Generation hervorgegangen ist, der sagt, es geht gar nicht ums Klima. Sondern es geht um Walker Talking Point XY. Ja, also, er handelt da die ganze Liste über White Supremacy, Patriarchat, Heteronormativität und das alles ab. Das ist natürlich noch, steht auf einer anderen Seite. Das steht wahrscheinlich dahinter, zumindest wenn man sich die Köpfe der Bewegung anschaut. Aber hier ein Gemeinschaftsrat. Ja, wir können jetzt gerne, wir können jetzt gerne direkt ein Gemeinschaftsrat aus 100.000 zufällig ausgewählten Deutschen zusammenstellen. Und ich sage dir, die werden alle sagen, ne. Haut ab. Ich fahre jetzt hier mit dem Auto zur Arbeit. Haut ab. Ja. Piese rauskommen. Dann schauen wir mal in unserer Umfrage, ob sie die Bevölkerung erreicht haben, die sie ja ganz stark angesprochen haben, hier gerade in der Runde und gesagt haben, an die richten wir uns. Also, ihr könnt es jetzt nicht ganz lesen, aber da steht, Pocher, lass es doch bitte, das bringt nichts. Und halt das, das andere, ja. Lass es nicht bitte, das bringt sehr viel, im Endeffekt. Was glaubt ihr, wie das ausgeht, diese Umfrage? Das wird, das wird ähnlich ausgehen, wie die Sache mit Heinz-Rudolf Kunze damals bei Bosetti. Auch bei Stern TV war das, glaube ich. Also, man muss ja natürlich auch sagen, das ist ja halt, was war das, Stern TV, weiß man eigentlich, ob die Umfragen, die da eingeblendet werden, dann auch wirklich so passiert sind. Und vor allem, in der Regel gucken da ja auch mehr Normis zu, als, sag ich mal, unser Eins. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die meisten wahrscheinlich dann eher, aber das ist halt, weiß nicht, dieses, das bringt nichts, ist halt schon auch geframed, ne. Ich weiß es nicht, also. Ja, das stimmt, ja. Wahrscheinlich fast schon 50-50, würde ich sagen, wegen der Zuschauer. Das Ding ist halt, du hast nicht aufgeschlüsselt, wer findet den gesamten Wahnsinn hier bescheuert. Wir machen gar nichts, wir leben jetzt hier auf unserem Lebensstandard weiter wie die letzten 20 Jahre und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die werden halt auch für Pocher sein, aber Pochers Meinung beinhaltet halt auch die Leute, die sagen, na, so wie die das machen, ist halt nicht gut. Aber an sich sollten wir schon machen. Ja, genau. Das ist leider nicht klar genug, ja. Deswegen fällt mir das auch ein bisschen schwer, das jetzt euch hier als White Pill zu verkaufen. ... unsere Seite ziehen. Wir haben gefragt, auf wessen Seite sind sie denn hier in dieser Runde? Auf der von Carla Hinrichs oder der von Oliver Pochers. Okay, hätte ich nicht gedacht. Fünf Prozent nur stehen hinter der letzten Generation. Das ist ja eins zu eins wie mit dem Gendern, ne. Genau die gleiche, das gleiche Ergebnis. Ja. Okay, hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich absolut nicht gedacht. Das überrascht mich jetzt. Keiner von beiden. Das zeigt ja auch wieder, dass, weißt du, die Mehrheit wird hier wieder mal als Minderheit verkauft. Wie immer. In jedem einzelnen Talking Point. Ja, das ist halt mal wieder die Frage, warum, also fünf Prozent der Leute, die das hier schauen, wahrscheinlich hat man da auch selbst dann innerhalb der letzten Generation gesagt, passt auf Leute, Medienereignis, einer von uns sitzt da, da wird eine Umfrage kommen, da ruft ihr bitte alle an. Da würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt hier die fünf Prozent deswegen jetzt komplett relativieren. Aber eindeutig wird das, was du gerade gesagt hast. Ja, da werden uns Leute präsentiert in Talkshow für Talkshow für Talkshow. Bei Leroy, bei Stern TV, weiß ich nicht, ob schon mal eine von denen bei Anne Will war, aber auf jeden Fall, Hart aber Fair war schon mal eine. Da werden euch fünf Prozent, wahrscheinlich weit da drunter, präsentiert als eine Meinung, die hier vollkommen gleichberechtigt im demokratischen Diskurs stattfinden muss. Vollkommen normal. Ja. Fünf Prozent. Ja, und ich habe dir das tatsächlich vorhin ja schon erzählt, aber meine... Die AfD hingegen wählen mittlerweile in Thüringen, Entschuldigung, da bin ich hier voll rein, behalte in Gedanken, in Thüringen wählen mittlerweile mehr Leute, die AfD, als alle anderen Parteien, ausgenommen der SPD. Die ist noch kurz davor, laut den Umfragen. Und die finden praktisch gar nicht statt in den Medien. Gabba, sorry. Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass man der letzten Generation auch gar keine Plattform mehr bieten sollte, denn die letzte Generation möchte halt einfach nur Plattformen haben. Denen ist das egal, ob man negativ oder positiv über die redet. Denn wenn man über sie redet, redet man einerseits über diese extremistische Vereinigung, andererseits eben auch immer übers Klima. Und ich bin jetzt halt keine große Plattform, ja, mit meinen paar tausend Zuschauern, die ich dann habe, biete ich da keine große Nummer. Aber trotzdem habe ich für mich entschlossen, dass ich halt darüber auch keinen Inhalt mehr mache auf meinem Kanal, weil die das ja einfach nur wollen. Ja, ich meine, bei Leeroy war ja diese eine puppelige Aktivistin, die das auch eins zu eins gesagt hat. Ja, uns ist das egal, wie ihr über uns redet. Hauptsache, ihr redet über uns. Ja, die wollen das einfach. Und deswegen mache ich persönlich das nicht mehr. Und ich meine, die kriegen ja alles, was die wollen. Guckt ihr an, in was für, ja, ich sage es einfach mal so doof gesagt, in was für krassen Talkshows die sitzen. Ja, das ist ein Abendprogramm, wo sich Millionen von Leuten hinsetzen. Ja, in wie vielen Tagesshows die schon dabei waren und so weiter. Wie viele Plattformen die bekommen. Und trotzdem werden sie von oben bis unten gehasst. Und sie sind von Anfang an, bis jetzt sind sie immer Thema. Und sie haben genau das, was sie bekommen wollten. Ja, und sie werden gehasst bis zum Tode. Also, übertrieben. Aber trotzdem sind sie immer noch eines der großen Themen. Und sie haben genau das geschafft, was sie wollten. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte sie von vornherein komplett ignorieren. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das jetzt auch nicht als Defetismus oder so. Ich selbst bin der Meinung, man sollte schon noch den Content darüber machen, der jetzt nicht ist, oh, die haben sich da wieder festgeklebt. Ja, boah, diese Idioten haben sich wieder festgeklebt. Oh, da kommt der LKW-Fahrer. Oh ja, jetzt aber. Jetzt zeig ihn mal hier. Hier, klatsche mal einer her. Ne, sowas nicht. Aber ich finde halt so ein... Ja, schaut mal hier. Climate Emergency Fund. Die sind da irgendwie alle in einem Netzwerk. Und irgendwie kommt da Geld. Ach ja, irgendwie kommt da Geld von diesen Leuten. Ist das nicht komisch? Also ich finde diese Aufklärung über das, was du nicht siehst, die sollte stattfinden. Das ist was anderes. Das meine ich auch nicht. Das haben wir ja auch schon im Vorgespräch. Also da haben wir gar keinen Dissens in der Hinsicht. Dass das aufgedeckt wird. Guck mal, von wem die alles finanziert werden. Was da für Leute dahinter stecken. Top. Ja, muss gemacht werden auf jeden Fall. Aber halt ständig dann auf das reagieren, das reagieren. Und da waren sie schon wieder dabei und so weiter. Das ist zu viel Aufmerksamkeit. Es reicht höchstens mal für einen Lacher und ja, Leute, wir lachen so schon genug. Aber das, was ihr hier seht und das ist auch das, dem man, naja, ich sage mal, auf der einen Seite weder entgegenwirken kann, indem man sagt, schaut euch die an, die sind blöd, noch wahrscheinlich ihnen sogar vielleicht ein Stückchen mehr hilft. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das, was ihr hier seht, ist Manufacturing Consent. Das hier ist eine komplette, normale Meinung, die so vertreten ist in der Mehrheit der Gesellschaft oder in großen Teilen der Gesellschaft, dass sie hier in jeder Talkshow sitzen müssen. Das stimmt halt einfach nicht. Es wird aber so dargestellt, als wäre das normal. Das könnte man darüber diskutieren. Das Krasse ist ja auch, dass ja eigentlich, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, alle sind ja auf Meinung von dieser Hinrichs. Und nur Pocher ist quasi der einzige Gast dort, der quasi Anti ist, so wie ich das jetzt gerade so mitbekommen habe. Ja, und trotzdem sind fast alle Menschen auf Pochers Seite. Ja. Also selbst das kriegen die nicht hin, die da, die Leute dann zu, ja, brainwashen. Ja, es ist im Endeffekt, ja, und darauf sollte der Fokus halt liegen, der sollte auf dem AstroTurf liegen. Ich meine, jetzt, Leute können immer diese tiefer gehenden Recherchen anzweifeln, auch wenn ich den Namen zeige und so. Ihr habt hier das Beispiel vor euren eigenen Augen. Man kann eine Bewegung auch weiter AstroTurfen, indem man die dann halt auch medial immer weiter pusht, indem man denen Aufmerksamkeit gibt, indem man denen MDR-Investigativ-Beiträge liefert, wo sie sich selbst darstellen können, der Dreh wird angekündigt. Das ist nicht investigativ mit versteckter Kamera oder so, wie, weiß ich nicht. Äh, Walraff bei Burger King damals oder so. Das war investigativ. Das, was wir bei MDR sehen ist, okay, Leute, wir kommen in einer Woche, bereitet euch mal darauf vor, was Gutes zu erzählen. Das ist das öffentlich-rechtliche Investigativ. Ähm, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird nicht besser. Eine Minute haben wir noch. Ey, Olli! Bei einer Umfrage mal so weit vorn, Platz 1, das hast du auch nicht so oft. Doch, ich bin wahnsinnig beliebt, äh, aber, äh, darum geht's gar nicht. Es geht darum, ich find, nochmal auch, im Ansatz ist alles komplett richtig, aber wir müssen halt einfach... Ja, die Zeit ist auch vorbei, weißt du? Ganz am Anfang, weißt du, als das Thema aufgekommen ist, da hat irgendwie jeder, hab auch ich gesagt, so, ja, das Ziel ist ja in Ordnung, aber wir sind schon lange über diesen Punkt hinaus, dass wir denen noch irgendwelche Zugeständnisse machen können. Das Thema ist durch. Ja, ne, ihr merkt ja, wie, wie sektenhaft, wie, wie dogmatisch die Leute sind. Da hast du jemanden, der, der küsst eurer Idee, eurer Ideologie eigentlich die Füße. Der ist noch nicht so ganz zufrieden, dass ihr die Leute halt im, im Stau abnippeln lasst. Und selbst der wird schon an den Rand gestellt, als Opposition. Ja. Äh, versuchen die Leute mitzunehmen und das hab ich auch gerade, haben wir kurz drüber gesprochen oder so, weißt du, die Grünen verlieren sich in klein, klein, ob man Süßigkeiten-Werbung verbieten sollte oder nicht, anstatt sich wirklich um so Sachen zu kümmern, die wirklich wichtig sind und den, äh, Ausbau drüber hinaus, wie zum Beispiel die Leute auf die Schiene zu bekommen, aber dann wär ganz geil, wenn die Züge irgendwie auch pünktlich fahren würden und dann geht's ja gar nicht nur um die... Ah, es geht darum, dass jetzt mehr Leute Bahn fahren sollen. Ich dachte, auf die Schiene zu bekommen, äh, das hörte sich an wie, ne, auf die Spur zu kriegen. Ja, auf die Spur kriegen, ja, ja, ja. Ähm, also, Leute, keiner, wahrscheinlich die meisten aus dem Studio, die zuschauen, aber auch die in der Talkrunde, keiner von denen wir mit dem Zug nach Hause fahren, keiner. Nein, Mann. Also, das ist halt, das ist halt so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Gutmenschen-Ding, weißt du, selber das nicht machen, aber allen anderen wieder, ja, das, das vorwerfen, dass sie es ja nicht machen. Also, unglaublich. Sondern auch um den LKW-Verkehr und ganz viele andere Sachen. Nochmal, äh, und die Leute, die Menschen sind immer bequem. Es muss immer erst knallen, bevor sie es dann richtig merken und dann irgendwie anfangen, was zu ändern. Wir sind hier kurz vor knapp, das wissen wir alle, dass irgendwie was passieren muss, ist, aber ... Wo sind wir denn kurz vor knapp? In Relation zu was sind wir kurz vor knapp? Das ist halt eins zu eins einfach diese Talking Points von letzte Generation übernehmen. Weißt du, weil die die ganze Zeit sagen, wir sind kurz vor knapp, geht man davon aus, dass das stimmt. Und das ist halt das, was ich meine. Weil denen wird halt einfach zu viel Aufmerksamkeit geboten. Es bleibt sowas ja hängen. Die Leute merken sich, ja, es ist kurz vor knapp. Das haben die schon vor 30 Jahren gesagt, dann haben sie es wieder vor 20 Jahren gesagt, dann haben sie es vor 10 Jahren gesagt, jetzt ist es wieder aktuell. Du musst einfach das Schild, quasi die Jahreszahl auf dem Schild, was sie hochhängen, einfach durchstreichen und eine neue Jahreszahl draufschreiben. Das ist das, was die machen. Ja, also du musst Oliver Pocher hier nur noch ein Schild um den Hals hängen und eine Glocke in die Hand drücken. Ja, das Ende ist nah. Nur halt immer so nah, dass es noch nicht das Ende ist, während wir noch durchsetzen wollen, was wir wollen. Ja, also Greta Thunberg hat ja auch neulich einen Tweet gelöscht aus dem Jahr 2018, der ja jetzt schon für heute vorhergesagt hat, dass wir den Point of No Return im Endeffekt schon überschritten haben. Ja, das ist das halt. Weißt du, das klappt ja bei vielen Leuten, die einfach zu indoktrinieren sind. Du musst halt sagen, pass auf, hier 2025, da werden wir alle sterben. Und dann hast du halt diese Panik. Und das ist ja auch der Grund, warum Corona überhaupt so ein großes Ding geworden ist. Ja, weil einfach diese Massenpanik ausgelöst wurde mit gewissen Schlagworten in den Medien. Also Pandemie, Pandemie ist halt so ein Schlagwort, wo alle Leute Angst haben. Ja, wenn das nicht passiert, dann hätten wir die ganze Debatte gar nicht gehabt. Absolut, ja. Das ist das, was ihr sozusagen nicht schafft, die Leute auf eure Seite zu ziehen und die Grünen, wenn die 25, 30 Prozent hätten. Und da gab es mal einen Slot, so kurz nach der Flut und so, wo man irgendwie komplett die Leute auf seiner Seite hatte. Dann kann man auch mehr erreichen im Land. Und da muss man halt einfach nur die Leute versuchen, ein bisschen mit ... Jetzt macht er noch Werbung für die Grünen? Ja. Ach komm, Oliver. Also er findet dies schon gut, ja. Aber die müssen dann vielleicht sich noch ein bisschen ändern, aber die sind schon gut. Ja. Das ist schon eklig. Ja. Ich glaube, du merkst, dass er halt einfach ... Ich glaube, er sieht sich hier so als Buhmann. Weil er halt Auto fährt. Ja, wie ein normaler Mensch, ja. Und deswegen muss er halt jetzt den Grünen überall Recht geben und sagen, ja, aber vielleicht ein bisschen was anders machen und dann ist alles gut. Ja. Ja. Ja, weiß nicht. Einfach komplett, ja, kack. Genau. Ja, kack. ...zunehmen und dann kapieren sie es auch. Und auch die Lösungsansätze haben, weil wie schon gesagt, Elektrofahrzeuge, das war ja genau dasselbe. Die sind teuer. Der Strom wird immer teurer. Wie soll das alles funktionieren? Das sind ganz viele Fragen. Sie explodieren. Die einfach nicht beantworten. Das bleibt jetzt wieder unwidersprochen hier stehen am Ende der Sendung. Ich hab'n ... Das ist wirklich ... So ist das für die Sorte. Ah! Ja! Ja, Sarah, du hast das letzte Wort. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Bitte. Also ... Was? Nee. Ja, nicht ... Also das Was ging nicht an dich. Entschuldigung. Bitte. Also, ich hab' vorhin nicht allzu langer Zeit, hab' ich mal ... Das schaff' ich nur irgendwie alle ein Jahre mal, dass ich mal auf Bosetti reagiere, weil ... Also diese Frau, die kann ich mir nicht geben. Das schaff' ich nur einmal im Jahr. Hab' ich letztes Mal drauf reagiert. Hat sie auch über ... Hier ... Über ... Impfung und so weiter gesprochen. Und dass wir ja immer noch alle im Unrecht sind. Und dass sie cool ist und so. Und ja, Blinddarm und sowas. Ähm, und es ist unglaublich, wie viel falsche Sachen und wie viele Lügen sie erzählt. Es ist ungelogen, jeden einzelnen Satz von ihr muss man widerlegen, weil jeder Satz von ihr falsch ist. Es ist wirklich schlimm bei ihr. Sie kann nichts anderes als die Unwahrheit sagen. Ist unglaublich, ne? Also, der Mann hier ... Also, erstens ist es ein Problem, dass er ein Mann ist. Ja, das weiß ich bei Frau Bosetti, dass das ein Problem für sie ist, dass hier grad ein weißer Mann diese Meinung hat. Aber die Meinung ist auch das Problem. Es kann hier nicht das letzte Wort von jemandem kommen, der nicht meiner Meinung ist. Wobei er das ja ist. Ja. Ne? Also, ich weiß es ja nicht. Was soll die letzte Generation denn noch machen, damit Sarah Bosetti nicht der Meinung der letzten Generation ist? Was gibt es noch für Szenarien, wo sie sagt, ach nee, das geht jetzt doch zu weit. Es sind schon Menschen gestorben. Mit der AfD-Susammenarbeit. Hm? Mit der AfD-Susammenarbeit. Mit der AfD-Susammenarbeit. Ja, da wird wahrscheinlich wirklich Schluss sein, ja. Da hast du recht. Ich mein, laut Gerichtsurteil ist die letzte Generation ja nicht schuld daran, dass die arme Dame verstorben ist. Das ist ja durch das Thema. Genau da ist nämlich der LKW dran schuld. Ja. Ne? Und dass ich jemanden erschossen habe. Also, hab ich getötet oder war es die Waffe? Müssen wir mal ehrlich sein. Das war die Waffe. Ne? Also. Wieder unwiedersprochen hier stehen am Ende der Sendung. Das ist wirklich das Ende dieser Sendung. Bei der Umfrage so weit vorliegt. Ich frag dich jetzt trotzdem noch mal gehässig. Nimmst du jetzt das Fahrrad heute nach Hause? Bin ich bekloppt aus Hürt? Bist du recht dreimal überfallen? Auf keinen Fall. Das geht ja nicht. Danke für diese Runde. Danke für die Runde. Sarah, sag so schnell was. Also, fragt ihr sich das auch mal selber? Also, es ist unglaublich, wie er jetzt da... Ja. Also, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, weil für mich ist er halt jetzt auch kein Mensch, der mal in Schutz nehmen sollte. Nein. Aber, wie kann man jetzt so krass auf den Pocher, der eigentlich voll auf eure Meinung ist, aber nicht radikal genug ist, ja, wie kann man denn so auf den eindreschen und sag doch selber, ob du mit dem Fahrrad fährst oder nicht. Natürlich machst du es nicht. Ich glaube, du hast richtig fette Autos, du hast wahrscheinlich noch einen Chauffeur, der dich überall hinbringt und so weiter. Ja. Unglaublich. Also, auch kleine Migrationskritik von ihm, ne? Also, auf dem Weg werde ich dreimal überfallen. Hat er ja gesagt, ne? Wie gehässig nimmst du jetzt das Fahrrad heute nach Hause? Bin ich bekloppt aus Hürtbis, da wäre ich dreimal überfallen? Auf keinen Fall. Das geht ja nicht. Danke für diese Runde, danke für die Helmente. Sarah, sag doch schnell was, du darfst das letzte Wort haben. Ein ganz schnelles Schlusswort von Sarah. Sarah, bitte, bitte. Oh mein Gott. Wir sind halt alle so unsympathisch in dieser Runde, ne? Aber Setti, hört ihr zu und nicht ihm. Nein. Das lassen wir so stehen. Danke an diese Runde. Sarah, das war echt deine Show. Hört ihr zu, Nick, ihm. Ja. Alles klar. Hört ihr zu. Unglaublich. In Ordnung. Wird Sarah sicherlich auch machen. 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 Wird Sarah sicherlich auch machen.